feurio zusammen und willkommen zu einer neuen folge von sky quest mit miri und hoffentlich hoffentlich gut eingestellten mikros mal gucken bestimmt wieder nicht blöd mann du kannst es irgendwie nicht mehr ich habe es verlernt irgendwie ich weiß auch nicht wir haben ja einige quests gemacht erstmal gucken quest das ist das keine ahnung was ich alles machen muss besorge fünf himmelseisen habe ich immer schließe ein waldabenteuer ab wir haben ja letzten folge haben mitten im abenteuer aufgehört das war gut und es war anscheinend nicht so schlau müssen wir wohl noch mal genau ich muss noch ein erdholzstuhl bauen und zwei himmelseisen schrauben die quest hast du glaube ich auch angenommen ja schmelze und ein ofen ist ja bei mir hallo und nein er muss wohl schon zu mir kommen aber dann wieder so ewige ladezeiten ja dann kommen halt nicht zu mir doch ja eine eigene ich dann zu dem f ist freundin wie baue ich die jetzt das bild ist schöner da ist eine hübsche blume drauf das ist bunt das video entscheidet nach farbe das nehme ich spielbereit es lädt schneller das ist doch schön ja der neue arbeitsspeicher ist super schraube gemacht schraube gemacht das zählt anscheinend gut gemacht kann ich auch irgendwo irgendwie ich hätte gern kisten weiß ich würde gerne kisten bauen und nein ich wollte auch in meinem briefkasten gucken da ist nur ein neues abenteuer was wir eh noch viel zu schwach sind um es zu bestreiten was kann ich in der schmiede machen du musst eine schraube herstellen aber ich weiß nicht wo ich wo baue ich denn jetzt meine mein stuhl muss ein stuhl bauen und ich weiß nicht wie das geht eine werkbank braucht man dafür auch dafür muss ich metallstäbe haben drei stück metallstäbe gut dass wir erz gesammelt haben ok der metallstäbe ist drei stück automatisch muss auch eine werkbank bauen was für eine werkbank dafür musst du aus diesem menü rausgehen das normale baumenü was hast wenn nichts in der ich werde da genau das steht kannst du möbelstücke fertig da steht was du brauchst waldbrett metallstab und schraube bekomme ich einen metallstab her auch aus der schmiede ich hab dir doch nur gesagt und das hatte was standard waldstab oder brett 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 ich kann kein metallstab mal nach brett ich glaube ich hab zu viele schrauben um Warum hast du denn so viele Schrauben gemacht? Willst du mir was von deinem Eisen geben? Nein, du hast ja nicht mehr genug Eisen, um die Quest abzugeben, mein Schad. Willst du mir was von deinem Eisen geben? War unwähig. Bitte! Nicht mich aufschubsen! Bitte! Also du brauchst 12 Eisen, ja? 12 Eisen brauchst du allein, um die Stäbe zu machen. Und dann brauchst du noch 5 für die Quest, richtig? Ja. Also du brauchst 17 Stück von mir. Da, hinter dir. Dankeschön. Vielleicht hättest du die Stäbe lieber machen sollen. Ich mach bestimmt auch zu viele davon. Wieso machst du denn? Dann drückst du da auch so oft drauf. Ja, aus Versehen! Ich hab nicht aufgepasst. Welches von uns beiden unfähig? Ich glaub wir haben keine Waldbretter. Scheiße! Hab ich jetzt alles an Holz, aber kein Waldbrett? Warum kann ich da nicht irgendein... Es müsste ja wohl mit einem normalen Erdholzbrett gehen, oder nicht? Wehe, das geht nicht. Es muss dem Spiel auch egal sein, welches Holz ich dafür nehme für die blöde Werkbank. Ist es auch. Puh! Glückhaft! Brett! Stab! Schraube! Und... Werkbank gebaut! Warum hab ich jetzt diesen blöden Stab nicht geb... Hä? Was ist jetzt gewesen? Was hast du jetzt gebaut? Nichts! Doch, hast du doch. Doch, jetzt. Jetzt dauert immer ein bisschen. Der ist ja nicht so fertig. So. Er hat meine Werkbank. Guck mal, ich hab ein Schwert. Du hast Licht ausgemacht. Ich kann nichts mehr sehen. Ja! Hallo! Guck mal, ich hab ein Schwert. Jetzt guck doch mal ein Schwert an. Wieso hast du ein Schwert? Ja, guck doch. Ein Schild hab ich auch. Wieso hast du ein Schwert und ein Schild? Wo hast du es her? Mann! Ich hab auch ein Schwert. Gibst du mir eins? Das war in meiner Truhe drin am Anfang. So. Warum war es bei mir nicht drin? Was wollte ich machen? Irgendwas wollte ich doch bauen. Guck mal, meine Werkbank. Guck, guck, guck. Meine Werkbank. Ist die nicht toll? Waldbrett. Schrauben. Waldbrett ist egal. Genau. Ich hab eine Werkbank. Und jetzt kann ich aber den Stuhl... Nein, den kann ich nicht bauen, oder? 18 Waldbretter. Leute. Was ist falsch mit euch? Für einen so einen blöden Stuhl. Was? Wo kann man den Stuhl bauen? In der Bank drin? Ich hab nicht genug Holz. Ich geh mal Holz hacken mit meiner Axt. Ich hab ja kein Schwert. Dann stell ich mal meine Bank auch bei dir auf. Ja, wenn du schon mal dabei bist. Oh, Knochenfragmente, hallo. Dann hab ich keinen Platz neben deiner. Dann stell ich's eben neben meine Schmiede. Vielleicht sollten wir zwei unterschiedliche Bauhöhlen machen, damit wir uns irgendwie... Oh, ich hab nur 15. Das gibt's doch nicht. 15 was? Bretter. Oh, wie schade. Da musst du wohl auch Holz fällen gehen, wie ich. Ah, hier sind Bienen. Hast du das Summen gehört? Nicht mich dächten. Huh. Wir fallen runter einfach. Was ist denn da runtergefallen? Biene. Das ist gut gewesen mit der Fackel. Wolltest du mich verhauen, oder was? Nein, den Baum mit der Fackel. Nicht anzünden. Oh, hier nicht über Holz. So. Das sollte genug für'n Stuhl sein. Gut, dass man nicht unendlich lang sprinten kann. Wenn man von irgendwas weg läuft, hat man irgendwann ein Problem. So. So, einen Stuhl bauen. So, einen Stuhl. Einen hübschen Stuhl. Und nicht, dass du mir 20 davon baust. Einer reicht. Und das dauert 30 Sekunden. Muss ich dir dabei zugucken? Ne, das scheint der automatisch zu machen, auch wenn ich nicht... Ja, richtig. So. Ja, ey, das ist cool. So. Das heißt aber jetzt, ähm... Ich will ein Schwert haben. Ich brauch auch eins. Es geht nicht, dass du eins hast und ich nicht. Kann ich hier nicht irgendwo eins bauen? Guck mal sowas. Guck mal hier. Wieso kann ich denn kein Schwert bauen? Brauche ich dafür was anderes? Dafür braucht man einen Amboss. Dafür brauche ich Metallgewichte. Finde ich nicht cool, wo auch immer ich das her habe. Metallgewicht kann man in der Schmiede bauen. Na toll. Ah. Hallo. Er hatte ja eine Metallgewichte. Was braucht der noch dafür für den Amboss? Oh, fertig. Mein Stuhl ist fertig. Meiner auch, meiner auch, meiner auch. Meiner auch. Hallo Stuhl. Wo ist denn der hin? In deinem Inventar. Oh ja. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu der Insel. Reisen wir da mal hin. Und geben mal die Quest ab. Ich will mal wissen, was dann passiert, was man kriegt. Ob man irgendwas cooles kriegt. La 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 la. Ist man schneller, wenn man springt? Ich glaube nicht. Nein, ich fürchte auch nicht. Du hast da noch ein Loch zu flicken. Social Hub. Äh. Ja. Auf geht's zum Social Hub. Social Hub. Oh, jetzt kommt wieder. Welches Bild ist schöner? Katzi oder? Oh, das mit der Katze bei dir ist ja süß. Das ist ja süß. Bei mir lohnt sich's. Oh, da ist doch mal Katzi. Oh, noch mal. Wie süß. Bei mir laden keine Bilder. Welches Foto ist cooler? Ja, bei mir jetzt auch nicht. Bestimmt bist du jetzt eher da, weil du keine Bilder laden musstest. Ach ne, doch nicht. Du hast ja auch viel früher angefangen. Oh nein, jetzt sind wir wieder nicht auf der gleichen Welt, oder? Ach stimmt, das war mal wieder gut. Oh Mann. Es ist jetzt kaputt gegangen, wenn ich bei Bilder lande. Ich wollte doch Bilder angucken. Oh. Welches findest du besser bei mir? Das linke oder das rechte Ladesymbol? Ähm, das rechte? Ja. Mhm. Ich finde das linke... Nein, das mittlere oben finde ich gut. Miri ist doch auf meiner Insel gelandet. Wow. Ach hallo. Hallo, gibst du mir dein Schwert? Ich hab gehört, du brauchst keins. Au. Piu. Hey, nicht mich schlagen. Okay. Lass uns doch mal gucken, wo wir diese blöden Dinge abgeben müssen. Ja. Also theoretisch waren wir bei der Baugilde, ein bisschen was? Die war hier ganz... War das die hier? Die Sita-Gilde, ja. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt abgeben muss. Hallo, du. Hey, du. Du warst doch der... Der hat so ein Fragezeichen über dem Kopf. Ja, so muss er ja was für... Ich kann nicht mit ihm reden. Hallo? Hey, du Typ dahinter. Ach, dahinter ist der. Okay. Hab ich erledigt. Auftrag erledigt. Oh, gibt das viel XP. Auch erledigt. Ich will sagen, drei Knochenfarbe und schrauben. Yay. Okay. Bin ich Level ab? Nein. Guck mal, wie knapp. Und... Okay. Was nehmen wir als neuen Quests an? Geht erst mit Level 1. Außer das obere. Gut, dann nicht. Was? Ich konnte nur den Bogenquest annehmen. Der anderen sind alle verschlossen. Für ein höheres Level wahrscheinlich. So, dann gehen wir jetzt noch rüber zu den anderen. Kommst du mit? Ach, da bist du. Hallo. Hier sind so viele andere Leute. Alle mit Schwert und Schild. Und du hast keinen. Warum habe ich denn sowas nicht gehabt in meiner Anfangsbox? Bestimmt hattest du. Boah, der hat zwei Schwerter. Voll cool. Hallo. Hallo. Da 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 da. Wo müssen wir denn jetzt? Wo war denn Acht da oben? Da 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 da. Hüpp, 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 hüpp. Wir sind süße Katzis. Und die meisten Leute machen das nicht. Hallo. Viele sind einfach nur Menschen. Entdecker-Gilde. So, wo ist denn hier? Find ich hier richtig? Gehst du mir bitte aus dem Weg? Ist das der Quest für Fuzzi? Ja. Entdecker eine Wand lag. Okay. Okay, haben wir erledigt. Und beworgen fünf Himmel-Eisen. Du musst auch nur zwei Quests fertig machen können. Warum bin ich nicht level-up? Wieso kommt denn jetzt noch eine grüne Leiste? Ach nein, das ist... Och nö. Das ist abhängig von der... Guck mal da links unten. Da sieht man... Man kriegt also in den verschiedenen Bereichen unterschiedliche... Och nö. Ist das gut? Och nö. Wir haben gar nichts fertig. Nichts erreicht. Ach Mist. Gehen wir nachher nochmal in das Waldgebiet. Glaub ich. Wir müssen... Also ich habe jetzt nicht mehr so viele Quests. Nur noch vier Stück. Bogen machen, Wolle besorgen, Waldabenteuer für sie und ein Wolfesie. Ja. Genau, die habe ich auch. Mist. Hier ist doch Wolle. Geh sterben, du blöde Schaf. Komm her. Bäh. 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 Hallo. Hallo ihr. Hallo ihr alle. Ähm... Wie komme ich zu meiner Insel? Oh. Escape drücken. Ach Escape. Ich muss nicht... Hier zu Hause. Ich habe es rausgefunden. Wow. Nein, da kann man nicht... Nein, 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 nein. Ist da jemand aus der Welt gefallen? Oh, welches Bild ist cooler? Gleich zu Miri reisen, oder? Das ist schön, das ist blau. F. Miri reisen. Ähm... Das ist bunt. Wie das bunt? Was ist das für ne... Wieso reist du jetzt schon mit zu mir? Ich bin doch gar nirgends. Das müsste ja theoretisch schon funktionieren, ho-hoffe ich. Zulminess Miri 33zx... Das sieht gut aus. Das sieht aus wie Föne. Huch. Ah ich bin schon da. Wo läuft's denn hin? Wo läuft's denn hin? Du musst mir noch erlauben, dass ich auf deiner Insel was bauen darf. Wie mach ich das? Drück mal F. Wieso geht das denn bei mir, bei dir nicht? Kann ich sperren und als Freundin entfernen. Irgendwie kannst du das nicht anhaken, dass ich bei dir abbauen darf? Mist. Na los, mach den Dungeon auf Tut aus nichts ab. Bauen wir es gut. Nein, ich weiß nicht warum. Oh, warte, ich könnte mal einen Briefkasten angucken. Bauen wir ab. Wie, ich kann den auch? Oh, das will ich aber nicht. Das ist eine, ich würde es dir nicht annehmen, das ist eine schwere Abenteuer. Das machen wir später. Das können wir nicht. Ich glaube nicht am Anfang. Deine Höhle sieht sehr ähnlich aus wie meine. Warum ist da ein Loch? Was hast du denn hier? Zwei Steine weggerissen. Du hast aber noch so eine hässliche Säule hier, die sollte man einer wegmachen. Mann, Mist. Und ich darf nicht. Warum habe ich denn, wieso, 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 was ist falsch? Warum geht es nicht mehr? Ach, ich muss ja nicht die Hand nehmen. Ja, du musst ja ein Portal öffnen für uns beiden. Ein Waldabenteuer. Komm, komm, komm. Ist das grün? Das sah nicht grün aus. Wie nicht grün? Das sah nicht grün aus. Was soll es denn sonst gewesen sein? Wir sind los. Hilfe. Tschüss. Tschüss. Oh. Hui. Wenn Sie in den Ladebildschirm machen. Warum komme ich nicht rein jetzt? Bin drin. Mal gucken, ob wir eine coole Welt kriegen. Oh, das ist bunter. Ich will auch bunte Bilder haben zum Auswählen. Warum hast das nur du? Ja. Die sind beide nicht sonderlich bunt. Das ist aber eintönig. Aber das ist so grün-blau. Darf ich auch bitte was sehen? Ach, ne, ich nehme das. Okay, bin schon da. Oh, wir haben eine ganze Festung vor uns. Hallo. Das ist bunter. Huni! Huni! Huni ist tot. So geht es. Oh nein, hätte ich mein Inventar der machen sollen? Scheiße. Oh, ein Huhn. Ich sehe nichts mehr. Wir müssen einen Wolf töten, ne? Und Wolle mitbringen. Nicht unterspringen. Du doofes Huni! Wo bist du denn hingelaufen? Ich bin noch hier. Hier bist du. Wir müssen Schafe töten. Wir müssen ja Wolle mitbringen. Hallo. Dann tun wir mal Schafe. Bäh, 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 bäh. Miri, wo steht dein eigenes Schaf? Na gut, tschüss. Tschüss. Hallo. Bist du ein Schaf? Hallo. Da steht Schaf. Wo steht Schaf? Hallo, ist hier ein Wolf? Oh. Aus dem Schaf ist doch was rausgebracht. Bist du ein Wolf? Hm. Irgendwie ist die Insel größer als die letzte, wo wir drauf waren. Wolf, 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 Wolf. Warte, warte auf mich. Wo, wo, wo? Nicht allein tötet. Nicht allein tötet. Ich helfe dir. Böser Wolf. Böser Wolf. Gilt das jetzt für uns beide? Hast du die Quest gekriegt? Du hast die Quest gekriegt. Ja. Ich nicht. Das war ja auch mein Wolf. Das war nicht dein Wolf, war unser Wolf. Volle Kanne war das mein Wolf. Das gibt's doch gar nicht. Wieso ist es bei dir schon Wolf gewesen? Ja, Wolf. Katzi? Wie Katzi? Oh, ne Festung. Ja, da gehen wir dann gleich mal rein. Was? Das tun wir? Ja, müssen wir. Wir wollen doch coolen Loot haben. Das wollen wir. Ach. Ein Huhn. Oh, guck, hier ist ein... Weiß ich auch nicht. Warum sind hier so viele Hühner? Ich möchte ein Schaf töten. Huch. Da ist ein Schafi. Oh, das ist ein Schafi. Ah. Ah. Hallo Freunde, die mögen uns hier nicht. Miri. Wer? Die Leute. Welche Leute? Die Leute da. Der da, zum Beispiel. Boah, ich mach fast keinen Schaden an dem. Können ihn. Die docken immer nix. Oh, ich hab Wolle. Toll. Hallo? Hallo? Ist jemand hier? Holzfällerhütte. Ist das hier, dass wir da rein wollen? Hier ist eine Holzfällerhütte. Hier hat es Schränke, Regal. Wir können natürlich alles mitnehmen, was hier so rumsteht, oder? Voll cool. Kannst du eine ganze Wohnung mitbauen. Oder darf man das hier abbauen? Doch, darf man. Glaubst du es, du kannst es abbauen oder das? Der fällt einfach nur. Oh, ist der fällt noch. Ups. Entschuldigung. Oh, das ist ja eine Fackel. Oh, die, wo war eine Fackel? Ich hab keine Fackel gesehen. Wir sind Fackeln nicht. Brauchen auch Fackeln. Das ist voll teuer. Hey, das war meine Fackel. Du hast meine Fackel geklappt. Oh, hier ist Holz. Was ist denn hier? Kann ich die Bücher mitnehmen? Da brichst du auch nur ein Tausendstücke. Was passiert, wenn ich Bücher klein hacke? Komm, Bücher raus, da. Blätter oder so was, oder Papier? Wie, Bretter. Bretter. Bretter, da kommen Bretter. Oh, da sind Sachen rausgekommen. Oh ja, ich hab die getötet. Knoten, aha. Ach, ich bin hier in Zelda und muss Vasen kaputt machen. Ich hab's verstanden. Was, was, wirklich? Ich auch, ich auch, ich auch. Warte, wirklich? Da kommt die Bärung raus. Ah, da kommt... Wie geil ist das? Warte auf mich, ich will auch noch einen Knoten haben. Oh, Mann, oh. Oh, Entschuldigung. Nö. Ich dachte, du willst keine. Stimmt, ich will keine. Was machst du da mit deiner Fackel? Ich überlege, ich versuche gerade herauszufinden, wie ich das anchargen gekriege. Ich hab vorher nämlich wieder... Huch, was war da für ein Geräusch? Ich will auch ein Wolf. Ach, das war ich. Aber, weißt du, wie redet das schon wieder voll lange Zeit vergangen ist bei der Folge? Ich finde, das geht in diesem Spiel viel zu schnell vorbei. Oh, da ist irgendwas mit dem Totenkopf. Oh, ein Wolf, schnell, 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 schnell. Hol ihn dir. Oh, Katzi. Oh, Katzi. Bleibst du hier. Er greift mich an. Los, töt ihn. Er läuft weg. Wieso läuft er weg? Sie ausgewolft. Hast du die Quest jetzt bekommen? Ja, ihr habt die Quest geschafft. Yay. Ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die ganze Folge gefallen heute. Lasst einen Däumchen nach oben da. Schaut unbedingt bei der Miele vorbei. Hier oben ist noch ein Schaf gewesen, was nicht ein Kloof geworden ist. Wir sehen uns dann, hoffentlich, die Tage zur nächsten Folge. In dem Sinne, haut rein, macht's gut und tschüss. 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 Vielen Dank.